Eines der besten Geschenke, das ich jemals bekam, war ein Fotoalbum. Eine meiner besten Freundinnen befüllte es mit Fotos von unserer gemeinsamen Kindergartenzeit bis hin zu meinem 16. Geburtstag. Diese Erinnerung in unserer Freundschaft durchzublättern hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Mein Name ist Barbara Wenz und ich bin Hochzeitspaar und Porträtfotografin. Ich liebe das Rauschen des Meeres, ehrliches Lachen, Bergluft, Reisen mit meinem Mann und meinem Hund und wenn ich auch ein Stückchen von der Hochzeitstorte kosten darf. Vor allem aber liebe ich es, emotionale und einmalige Momente einzufangen. Momente, die später einmal eine verblasste Erinnerung zurückkehren lassen können. Viel Spaß und das Gefühl, man selbst sein zu dürfen. Genau das will ich bei meinen Fotoshootings vermitteln. So entstehen natürliche und emotionale Fotos und ein einzigartiges Erlebnis. Hochzeitsreportagen und Highlightfilme biete ich im Doppelpack mit meinem Businesspartner und Mann Alexander an. Wir sehen eure Hochzeit mit zwei unterschiedlichen Augenpaaren, wodurch das Endergebnis eurer Reportage wunderbar ausgeglichen wird. Ich möchte meinen Kunden ein ähnliches Geschenk machen, wie ich es damals von meiner Freundin bekommen habe. Eine Sammlung von Erinnerungen an einmalige Momente. Seid ihr bereit für euer Abenteuer?